viele Anzahlen haben ich kann ja mal, wenn nachher mal, wenn unser Chef mal da ist, ich könnte ja gerne mal auf unseren TS kommen und dann? Dein Chef da ist, ja und dann? ja, und dann will er euch nämlich mal was erklären und das kannst du wohl nicht, oder was? nee, weil ich das nicht mache, weil ihr mir das eh nicht abgeauft, also von dem her ja, was will er uns denn erklären? er will euch gar nichts erklären du hast gerade gesagt, er will uns was erklären, also wir müssen mich verarschen er will euch was von mir erklären, so rum, nicht andersrum nein, was will er erklären? du kannst nicht für dich selber reden, oder wie? nee, weil ihr es mir eh nicht abgekauft ja, erzähl das mal ich will eh sowas von Schnuppe Atze ist zu uns gekommen, weil ihr einfach nicht, weil er hat sich beschwert, weil ihr seit 2 Jahren oder 1 Jahr oder wie auch immer nur 6er Company fahrt und das für einen Clan sehr schlecht ist ja, und weißt du warum? weil wir so kacke wie Atze haben, die andauernd ihre scheiß Panzer verkaufen das ist doch sein Problem ja, aber wie willst du dann einen 610 Panzer fahren, wenn er noch nicht mal einen hatte, alter? er hat 3 tier 10 Panzer und jaja, jetzt mittlerweile vielleicht wieder, alter das interessiert aber auch nicht, warum? ein Spiel, ein Spiel interessiert nicht einer ihr müsstet ihr eigentlich, wir haben, wir haben schon einen Zweitclan offen, ich bin der Chef von Zweitclan wir haben im Ashclan, haben wir 100 Member, wir würden nämlich jetzt von einem Topclan, der aufgelöst worden ist, von dem Clan Ice, ich weiß nicht, ob ihr was vorhin gehört habt hätten wir 30 bis 40 Spieler dazu gekriegt, die werden jetzt verlegt in den Zweitclan und der Ashclan fährt jeden Tag 3 CWs und ihr fahrt so und bei wie vielen hast du mit ihm? bevor ich hier gleich an die Deck gehe user left your channel ist dir eigentlich klar, dass unser Clan auch früher mal Clan Wars gefahren hat und das ist echt häufig und eigentlich ziemlich erfolgreich? euer Clan ja das glaub ich unser Führer wo Levi noch Clanführer war richtig ja, wo er noch Clanführer war die Betonung liegt auf wahr ja und? wie lange ich feste jetzt planen muss? 2 Wochen? 3 Wochen? 4 Wochen? 5 Wochen? 6 Wochen? und wie oft hast du mitgemacht? ja, wie oft hast du mitgemacht? vielleicht eins davon? und wie oft habt ihr gewonnen? wir gewinnen eigentlich jeden Tag ja, das glaub ich dir nicht schon klar schon klar und deswegen habt ihr auch so viele Regionen, oder? ich weiß, ich muss mich einfach nicht von solchen vollpfosten wie von euch vollpfosten? nimm mal das Handtuch aus dem Mund, wenn du mit mir redest, allen oder ein Schwanz oder was du immer hast, alter ja, auf das was wir ja hinaus wollten du willst uns erzählen, dass du in Superclan bist, supergut spielst und alles und gestern das komplette Gegenteil warst ja, das brauchst du irgendwas nicht jetzt wollte ich euch mal was erklären so, pass mal auf erstens mal braucht ihr euch nicht zu fühlen, wenn ihr mit 2 E75 und E50 ein Tiger 2 und ein T34 plättet ja, da stand noch viel mehr auf der Flanke Tiger 2, Alter da war ein T9, Franzmann, Lorraine, alles jetzt pass auf ihr habt da verkackt ja, dafür könnten wir ja, das stimmt, das stimmt allerdings, alter da hinten, ihr habt die ganze Zeit gar nichts gemacht ja, wir haben die ganze Zeit gar nichts gemacht dann weißt du auch warum weil ich gewartet hab, bis ihr kommt ja, und dann und dann mit einem T32 oder T34 was du da hattest willst du mir mal ein E50 ey, pass auf, pass auf wenn ihr noch so gute Spiele seid, dann dann lass mal eins gegen eins machen sag gern ja komm, dann mach mal wenn du so eine große Freizei hast welchen Panzer nimmst du denn? ja ich nehm auch ein E ne, ich nehm auch eine E75 ich nehm auch eine E75 ich kann auch Objekt 704 nehmen Buhuhuhu Buhuhuhu ich kann mir schon ich kann es mir ändern Hahahaha ey, seid doch einfach nur bescheuert ja, Alter ich hab auch, ich war rum ab zu uns gekommen, ich kann es echt verstehen mit solchen Vollforschen wie euch der war doch eh nie da ja, auf der TS war er nie wenn er da war, warum ist das denn? muss er doch auch nicht lass ihn doch, ist das doch seine Sache ich bin froh dass er weg ist, ganz ehrlich ich war derjenige, der nicht so klar nur im Team hat alter weil er so ein Vollspacken ist soll ich dir mal was sagen? ja, sag mal leider habt ihr nur nicht gelebt, wo Hitler da war sonst hätte er euch nicht gleich mitvergasen sollen die Drecksfohrensöhne warte mal, du kamst es ganz leise an was hat er gesagt? kannst du das nochmal wiederholen? ich hab Musik jetzt, wer hier gerade auskommt naja, nö, kann ich nicht wiederholen warum nicht? warum will ich das nur einmal sagen alter, hast du ein Gedächtnis wie ein Fisch, alter dafür zwei Sekunden im Voraus denkst du das? nee, zwei Sekunden hat ein Fisch nicht, er hat 20 Sekunden Gedächtnis vollforscht drei Sekunden, schmackt das, alter das hat ihm seine Mama eingezichtert als er geboren wurde aber seid ihr lustig seid ihr lustig lustig aber echt lustig ja, also komm, lad dich in die Umbruchsgefechte ein ja, wir leben noch, wir sind ja nicht die Kacknoops, die nach zwei Sekunden tot sind äh aber Premium seid ihr, außerdem hab ich gerade mit euch geredet und ja, Premium, und was willst du damit jetzt sagen? wir können uns Panzer kaufen, weil du kein Geld hast warte, ey, man meint er doch einen Defender als ich also es ist eine Kirche in meinem Dorf und da willst du mir jetzt sehen, dass ich kein Premium denk äh, Marc hast du nicht deine ganzen Panzer mal verkauft, irgendwie aus Dummheit oder Langeweile und wenn geht sich ein scheiß Trick an ja, das ist natürlich intelligent also, ich empfehle euch noch einen guten Spieler, jawohl, 551 die so auch noch Leute fähren klar an ey, pass auf, pass auf wenn doch euer toller Clanführer Mister Loco, Andy, doch so ein toller oder Levi doch so ein toller Clanführer sei ey, dann warum fahrt ihr dann kein TV warum hört man dann nichts von euch, außer in Kompanien, warum? ähm, ganz ehrlich, ich hab auch keinen Bock auf TV mehr ja, wir haben alle ein richtiges Leben richtig du fährst deine Clown, dafür hab ich meine 3.000 Netto im Monat auf dem Konto, und? äh, äh, äh das zeugt auch nicht gerade von gut sein, was? und jetzt muss ich mir erstmal schwarz auf weiß schicken, dass du 3.000 Netto pro Monat hast ja, hab ich ja, dann schick's mal, komm, stell ein Bild rein hm, ich glaub nicht, dass er da nur 1.000 Euro verdient ja richtig das geht mir eigentlich sowas von am Arsch vorbei ooooooh wie deine Schule, wie dein Leben, alles user joined your channel ja das sind dann nämlich die Alten, für die ich immer diese ehemaligen Gestalten, wo ich die Steuern für bezahlen muss einen ja, für den ihr Hartz IV ey, Lebi, Lebi was? pass mal, wenn dir doch, wenn, wenn, wenn doch die 2... oh, jetzt hat das Cosmo oh, oh kannst du jetzt einfach mal die Fresse halten? was? sag's nochmal Lebi, komm, lass uns einfach mal kurz woanders rum hingehen und was ist, wenn er nicht mit dir woanders hin will, alter? du hast nochmal das überlegt? stell dich doch deinen Scheißdreck an, du Pissnäcke wieso geht das ihnen Scheißdreck an, wenn Lebi nicht mitgehen will? aber ey ey, ich würd nicht so hohe Töne werfen deine Mama sitzt hier bei mir unterm Schreibtisch, alter die kickt alles mit, du muss ich lachen, muss ich echt lachen ja, ich würd weiden, wenn ich lachen, alter Lebi, komm mal einfach mal woanders hin, oder? so, ich geb dir TS-Daten und ich komm auf unseren TS aber ich hör mir die Scheiße nicht mehr länger an hier von dem, von dem Kackbollen Kackbollen ey, ich, ich möcht euch jetzt einmal was sagen ihr seid über 18 er labert hier an mich ran, er für die Zeit nein, ich bin 17 ja, ich bin jetzt auch scheißegal Twiki labert an mich ran ich laber an dich ran, alter ich laber an dich ran, alter ja, du er laber an mich ran, alter sag mal, wo lebst du, alter ja, noch was für Bombe zugeglittert pass auf auf die Arti boah, hast am frühen Morgen user left your channel du sagst zu mir du verdienst 3000 netto ja, und wenn man das dann so sieht, dann musst du über 18 sein ja so also ich glaub auch jetzt pass auf wenn du doch über 18 bist wenn du über 18 bist dann warum bist du dann nicht so schlau und hast ein Hirn von einem Erwachsenen äh und benehmst dich auch so tut mir leid weil ich so jemalige Gestalten will ich nicht ernst nehmen ganz einfach ja solche Gestalten du bringst ihm keinen Respekt dann bekommt er auf keinen Fall richtig warum soll ich ich sehe dich gestern das erste Mal in einem Clan wo kann mir so ein also in einem Fight, alter dann kann mir direkt so eine Scheiße von dir anhören meinst du, ich nehme dich da nur ernst meinst du, ich glaub dann wirklich noch dass du in einem seriösen guten Clan spielst am Arsch, alter weil solche Nappen wie dich die Femze sind jetzt gar nicht an na gut, dann komm mal warte pass auf, ich schick dir mal die IP dann komm schon auf lass mal, keinen Bock, alter auf der ehemalige Gestalten wie Abzugrutsche weil wenn Abzugrutsche da bei dir ist dann sagt das alles also da brauch ich mich auch nicht mehr drüber mit dir zu unterhalten definitiv nicht und bei euch auf dem Deathjoint schon mal gar nicht, alter nach 3 Sekunden ich bin sowieso gebannt von daher, alter die Zeit ging ich eh nicht wieder zurück ja, wo ist jetzt die Einladung zum 1 gegen 1? hat man jetzt keine Eier oder was? ja, wir leben immer noch was können wir dafür, wenn du so ein kack genug bist und sofort tot bist am Anfang wir kämpfen immer noch ja, ich nehme ja, ich leb noch ha, der Penner brennt ha, der Penner brennt fahre hey, wake up jetzt bin ich tot ha, der Penner brennt ich hab 13 Minuten länger überlebt als du oh ja, und jetzt interessiert mich den Scheiß so gleich schon die Vollforschnalle mal hier hey, Andi ja, du bist schon nicht so da, oder was? Twicky Twicky? ja? pass auf pass auf wir könnten das auch mal so machen mach dir doch mal ne ne, mach dir mal hab eingeladen